Heute für euch im Test die Color Blinkert Gold von Funke, eine 25 mm Batterie mit 36 Schuss, 496 Gramm NEM, 25 Sekunden Brenndauer und 32 Euro ungefähr der Preis. Viel Spaß bei der Zündung! Zündung! Und damit hoffe ich, das Video hat euch gefallen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.